Lügen. Gar nichts. Bevor Kevin geboren wurde. Ja, bevor Kevin geboren wurde. Das ist auf jeden Fall Kunst. Und? Wenn man bedenkt, dass ich älter bin. Die paar Monate. Ja. Das sind Monate vor deiner eigentlichen Existenz, die du hättest schon cosplayen müssen. Das ist wirklich beachtlich. Da gab es den noch nicht mal. Den Manga und den Anime. Ah, schönes Feuerwerk. Ja. Ah, wie schön man das Wasser hier plätschern hört. Oh, hier ist Wasser. Das Schiff sinkt. Wir müssen runter. Ich will mich vorne hinstellen und König der Welt sein. Ja. Dann sterbe ich dann wirklich. Oh, Feuerwerk. Hallo. Da wollte ich drauf drücken. Da hab ich aber drauf gedrückt. Ja, das hab ich gesehen. Leute, ich muss mir gleich noch nach der Runde was trinken holen. Mach das, mach das. Ich glaub ich trinke vielleicht den Energy, den der Frederic mich hier vergessen hat. Aber schön, dass du einen hast. Schön, dass du einen hast. Hm. Damals. 1922. Ah, ich dachte eigentlich die Pässe explodieren jetzt. Aber nein. Also bisher hab ich nur Andi und Nadine gesehen. Ist dir sonst noch wer? Gott. Hallo. Oh Gott, alter Kevin. Ja, was kann ich dafür, dass du hier im Kreis läufst? Ich bin halt nicht mehr im Kreis gelaufen. Naja, ein großer Kreis war das. Ne, das war eigentlich ein Feierk. Jetzt kommt er mir mit Details. Niemand mag Details. Außer Detailverliebte Menschen. Ja. Aber die sind halt auch niemand. Ich mag Feuerwerk. Ja, also wenn du es nicht bist und ich es nicht bin. Ich glaub ich nehm's zurück. Ne, ist das nicht? Ja, die anderen beiden. Soll das? Bist du behindert? Ich seh dich doch gar nicht. Ich seh mich auch nicht. Ich merk schon. Ich hab keinen Spiegel. Ja. Gut, dann kommst du mal zu mir oder was? Seh ich mich dann. Ja. Seh ich mich in dir selbst. Ja. Sind wir die einzigen, die noch da sind? Echt jetzt? Ne. Hallo. Hallo, Panja? Ja, Sabrina. Sabrina lebt. Ich klebe. Hallo. Wasser, shit. Ach Gott, ich wusste erst mal hart mein Lock. Ich hab mir erst mal mein, 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 mein. Hier. Mein Headset erst mal wieder nicht. Oh Gott, alter. Ach, der hält. Ach, scheiße. Ja, also mach dir. Ich hatte keine Munition mehr. Mach dir gleich gedöhnt, dass ich mitmachen kann. Ganz weiß ich. Irgendwann stimmt mit deinem Headset net. Du hättest klingt irgendwie ganz komisch. Ja, du klingt sehr, sehr komisch. Als hättest du ein falsches Mikrofon angeschlossen. Nee, hab ich nicht. Klingt aber so. Wollte ich ja nicht sagen, dass du das hast, aber es klingt so. Ja, ich, hallo. Ist alles angekommen. Hey, der hat ein Mikrofon vom Laptop. Ah, Mist, zu spät. Aber jetzt leckt es hier, glaube ich, nicht mehr. Hast du was gesagt, Peter? Was? Hast du was gesagt, Peter? Ja, dass das Headset von ihr sich anhört, wie das für das Laptop ein Headset wäre. Ja, ja, ich hab das Losen-Telefon-Pon. Oh, oh, ah. Die Rakete flog nicht, deswegen darfst du nicht O-A sagen. Hm. Hi, Arnie. Vokale. Hallo. Hi. Willst du mal hüpfen? Ich wollte König der Welt machen und bin auf der falschen Seite des Schiffes. Verdammt, ich bin der Arsch der Welt. Ja, die Stelle König der Löwen. König der Löwen. Die Stelle König der Löwen. Ja, die wird hier schwierig. Ich bin der König der Löwen. Der König der Löwen hat halt auch im Arsch der Welt gespielt. Ah, nichts passiert. Bebe. Lalalala. Hallo. Lalalala. Hey, oben mit der Steelscheibe. Ich finde das genial. Oh mein Gott, da hinten ist der Eisberg. Da ist der Eisberg. Kevin, guck mal rechts über dir. Die Flagge am hinten am Arsch. Die ist aus England. Hat ja... Ja, eigentlich Australien, ne? Ist das England? Ja, Australien ist das. Ne, ne, da ist ja gar nichts drauf, oder sonst? Das ist Australien. Weiße Flagge oder was? Weiße Flagge sind Piraten. Ja, pass auf. Ich meine, das würde es immer geben, weil die ja in England losgefahren ist. Ja, aber das weiß ich, weil ich im Film vom Vertrag geguckt habe. Aber das Glaube darf ja dazu nicht drauf. Keine Ahnung, vielleicht hat der... Konjunkturie. Der Steller hat vielleicht Scheiße gebaut. Ja, stimmt, kann auch sein. Ey. Was denn? Peter? Peter ist es. Ist das wieder? Ja. Peter hat es runtergeschossen. Ja. Der hat auch auf. Ja. Was hat das denn, Peter? Ja. Echt. Da ist jemand gestorben. Ja, das habe ich auch reden. Andi ist gestorben und Kevin ist... Ach, F***. Was? Das stimmt nicht. Nein. Weiß ihn ja nicht. Wo ist der Kevin denn? Sag mal, wo ist der Kevin? Also der Kevin ist jetzt unser Endgegner. Okay. Der labert. Ich bin es nicht. Okay, das ist nur lieb. Warum sollte ich das denn sein? Ich habe doch gar nichts getan. Weil du ein böser Mensch bist. Was? Also jetzt tust du mir Unrecht. Unrecht. Nein. Ja, doch. Nein. Doch. Also ich höre Knazen. Ich höre Schiffe. Knazen höre ich auch. Wasser? Ich höre. Also ich würde meinen Arschtaufer wetten, dass Peter bereits in den Chat geschrieben hat, dass ich ein Camper bin. Das verwundert mich nicht. Denn jeder, der irgendein Video gesehen hat, weiß, dass du das immer machst. Ja. Ey. Liegst du oben auf dem Schornstein rum, oder was? Nein. Ja. Nein. 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 Nein, nein. Kapit. Unglaublich, Alter. Wo seid denn ihr? Ja, also der hat auf dem Schornstein rumgehangen, konnte sich nicht mehr festhalten und ist dann runtergefallen. Das tut mir echt leid für ihn. Er hatte ein grandioses Leben vor sich. Also sind nur noch du und ich da? Nein. Nein. Deswegen höre ich auch sonst niemanden. Nein. Das... Wir sind auf Klo. Ja, genau. Alter. Was denn? Achso, das war das Feuerwerk. Ich habe mich von einem Feuerwerk erschrocken. Wo bist du denn? Wo bist du denn? In der frischen Luft. Die frische, frische Luft. Die ist so frisch. Wow. Ich habe mich voll erschrocken. Das sah schön aus mit dir. Da oben. Ja, das sah echt gut aus. Aber wie schön du hast gerettet hast. Mit Lottigal. Ich wollte eigentlich nicht springen, aber ich konnte nicht runterspringen. Da ist er runtergeklettert. Ja, aber nicht für lange. Ich bin halt einfach schon fast tot am Anfang der Runde. Feuerwerk. Was, wie das denn? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir gerade irgendwo gegengelaufen hier. Das ist eine Klappe hochgegangen und ich habe dann noch 25. Ich bin irgendwo gegengelaufen oder bin ich fast tot. Fast krass. Ich bin da gerade irgendwie gegengelaufen. Dann habe ich nur gedacht so, ah, nice. Hallo Stefan. Hallo Kevin. Ich spiele Kapitän. Willst du mitspielen? Ja. Ich will Feuerwerk machen. Ach so. Nee, warte. Du musst vor mir und musst, wenn ich sage. Smarts Neger. Ich muss nur gucken. Warte, wie das heißt. Okay, mehr ans. Und dann sind die. Glow half full. Was steht denn da? Ahead? Blaster? Was ist das in der Mitte denn? Eine Rakete. Stopp. Also pass auf. Kannst du das? Genau, in dem inneren Kreis. So heißt das ja dann. Steht doch vielleicht. In der Circle. In der inneren Kreis. Also heißt das dann full AL. So, momentan stehen die alle auf Stopp. Also slow lastern? Alles klar. Alles klar. Alles klar weit. Hallo. Hallo. Ich brauche noch einen Steuermann. Kapitän steuert nicht selber. Ja, ach so. Ja, ich mach das doch dann hier. Hier ist, ich hab hier doch auch ein Lektrad. Okay. Dann mach du das da und ich stehe hier und sag noch. Okay. Stefan hat die Waffe weggebrochen. 80 Grad. Was hast du dir gewollt? Da lag ne, da lag ne Schottgang. Ich wollte, ich hatte ne Rüffel. Ah. Geschwindigkeit auf erhöhen auf slow lastern. Chikiching. 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 Oh ja, da hat das eigentlich nicht geklappt. Ja, ich weiß nicht, wo ihr seid. Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, wo ihr seid. Eisbär vor raus. Alle von Bord. Alle von Bord. Der Eisbär geht hinter uns. Eisbär geht hinter uns. Alle von Bord. Alle an Bord. Warte, warte zurück. Alle von Bord. Ja, ich spiel. Ich glaub, Nadine, die Grohe Kau holt irgendwo unter Deck rum. Nee, ich hab euch nicht gesehen. Hallo. 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 Hallo, was geil. Oh, scheiß mal gerichtet im Wasser ja schon. Oh, ja, ist kalt. Es ist wie tausend Nadelstiche. Das hat ihr doch schon, das hat ihr doch schon Leonardo erklärt. Ja, Peter. Der Humor kein Wasser hat. Nausend Nadelstiche. Hey, Andi, hast du nochmal Leben verloren? Ja. Gerade eben was. Ist dann nämlich noch gelb, jetzt bist du rot. Ist auch vom Bord gesprungen. Ja, wir haben auf Sibis Buffet geholt. Das gerade hat gesagt, alle vom Schiff. Da ist ein Eisberg. Hinter uns, deswegen muss nur runterspringen. Ist das eigentlich möglich, zum Eisberg zu schwimmen? Ich denke nicht. Da stirbst du vorher. Kann mich einer mit einem Homerun dahin kicken? Das könnt... Ja, nee, das würdest du nicht schaffen. Vielleicht mit einer... Hallo. Könntest du da ein Kommen? Was willst du? Nadine beobachtet mich. Warum tut sie das? Ich wäre fast vom Schiff gefallen. Ihr seid alle suspekt. Nadine waren suspekt. Ich glaube, die will nicht rächen. Wir brauchen ein Rettungsboot. Ich habe meinen Schatz in meinem Koffer dabei. Da kam gerade ein Thomas um die Ecke. Der Stefan steht da. Das ist der Stefan. Der hat Thomas gezückt. Das stimmt ja gar nicht. Der hat ja wohl nicht Pascal getötet, oder? Ich weiß nicht, ob der Pascal getötet oder der Stefan. 100 Prozent. Ich habe gerade meinen eigenen Augen gesehen. Ich dachte, es ist ein Feder auf. Ich habe mich schon noch gewundert, warum so zwei direkt hintereinander sind. Ich habe mich gewundert, als Andi sagte, da ist ein Thomas um die Ecke. Ich komme zehn Sekunden später und ich sehe den immer noch. Und der Boomerang ist weg. Der ist einfach nicht mehr da. Was soll das? Ähm, jetzt... Ja, warum soll das nicht sein? Ähm, jetzt ist mir eben aufgefallen, das Traitor-Menü... Ist jetzt anders, weil der... Kevin jetzt... Nein, aber vor... Als Pascal eben... Da müssen da noch die alten Sachen drin sein, halt. Nein, als Pascal eben host war, da war der Boomerang auch nicht drin. Nur in der allerersten Map... Ist die Supergrober denn auch immer noch weg? Ja, die ist auch weg. Nee. Stimme? Ja. Ich habe die nicht gesehen. Als Sammertar eigentlich... Als der Kall gehostet hat, da hatte ich Boomerang gehabt. Ich meine, ich konnte den aber auch nicht... Also in der ersten Map hatte ich auch Boomerang, aber... Da eben auf der Spongebob-Map und auf der davor hatte ich keinen. Das ist komisch. War das nicht so, wenn er ein Wasser geht? Dann landet er da vorne. Ich habe mich beobachtet. Hallo. Ich drücke so oft rechts. Oh, das war... Ich drücke so oft rechts gerade. Das glaubst du gar nicht. Ja, ja, ja. Ja. Jetzt müsste der hier wieder auftauchen. Na, da ist er. Warum stehst du da so rum? Bist im Traitor-Shop. Nein, ich musste eine Waffe aussuchen. Ist das der magische Hammer? Du müsst ja mich erschießen. Ach, guck mal, ich bin da noch nicht so schnell drin. Ach komm, nee, 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 Nadine. Nee, 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 nee. Du bist schnell genug. Nee, 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 nee. Du bist schnell genug. Der Kevin... Ja, nee. Der Kevin-Tänzen. Du bist rum. Nee, Nadine, nee, nee. Nee. Der Koffer kommt. Jetzt läuft. Die will hinterher. Was stimmt mit der Will? Ich zeige mir in den Koffer. Oh, das ist die. Oh, das ist die. Das bräuchte ich mir noch als TTT. Die will ich nicht mal weggehen. Ey, der ist los mit dir. Du schmeißt und dann kommt er wieder zurück. Ja, aber der halt irgendwie... Der braucht aber irgendwie... Aber dass du dann immer, wenn du den wirfst, verlierst du einfach ein bisschen HP dafür, dass er nicht so unfair ist. Da hab ich gerade Sabrina gehört. Und... Und Superattacke, äh... Wenn du den einstürzt kriegst, du hattest du ihm blitzen, kannst du alles um so um 5, 6 Meter um dich rum töten. Ja, genau so einmal nüscht. Aber du kriegst selber 25% Schaden oder sowas. Andi, warst du im Traitor-Shop gerade, als du da standst? Ich glaube, ich muss mir gleich... Nein, ich hab gerade auf mein Handy geguckt, weil meine Schwester mich angerufen hat. Warum sollte deine Schwester dich anrufen? Warum gerade jetzt? Weil die, äh, auch in den Chat geschrieben hat, dass ihr Headset nicht funktioniert. Hm. Das glaube ich dir nicht. Warum rufen die dich dann an? Warum macht die... Wer war das? Thomas. Einmal war der Kevin hinter mir. Kevin, warst du das? Du bist der Einzige, der hier in der Nähe ist. Und Thomas war da. Also nach der Logik bist du's. Der Kevin ist ja auch dran. Ja, der ist nicht. Moment, wär ich das gewesen, hättest du den Thomas abbekommen. Nee, 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 nee. Und wäre das der Kevin gewesen, hätte er gesagt, ja, ich liebe meinen Thomas. Nee, das würde er höchstens... Ich hab den Thomas noch nicht mal gesehen. Was würde der sagen, wenn der der letzte Überlebende wäre? Oder wenn er ihn abkriegt und er verkackt hat, irgendeiner. Oder es war Nadine, die ausprobiert hat und verkackt hat. Ja. Weil leben nämlich noch alle. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Pascal? Ich war gar nicht in der Nähe. Ich hab das nicht mal gesehen. Oh, Pascal ist der Koffer, okay. Ah, okay. Ja, irgendwie, äh... Gehüpft wie gesprungen. Weiterkommt man in den Beinen. Der stand da nämlich eben rum, als angeblich seine Schwester. Warum sagt er seine Schwester? Warum sagt er nicht Sabrina? Also das ist verdächtig. Wir beide waren zusammen. Äh... War hinter uns. Hab ihn gefunden. Das ist das Kall. Hab ihn gefunden. Warte. Also war es Andi? Nein, ich weiß nicht. Ich glaube... Also er hat gerutscht. Ist das ein Ja? Ihr schießt doch jemand. Hüpft mal, wenn es Ja ist. Was war dafür geklatscht? Nein, ich hab ihn gefunden. Ach so. Das ist Kall, der hier. Hüpft endlich. Also ich sage, das ist der Andi und der Nadine. Das ist der Peter! Ja, ja. Peter, 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 Peter. Was denn jetzt? Es ist auf jeden Fall Peter. Oh. Der war Trader. Boah, was mir Ficke. Stefan, deine Schrotflint ist ja genauso leer wie meine. Ich dachte, ich brauche nicht nachladen. Ey, was wirfst du jetzt mit Granaten nach mir an, Andi? Unglaublich. Einfach, weil es Spaß macht. Unglaublich. Also es war ja jetzt Peter. Hat jemand... Der... Der... Stefan war es dann ja logischerweise nicht. Ich glaube immer noch, du bist Nadine. Die retten mir schon nämlich schon die ganze Zeit dumm hinterher. Ich weiß. Das ist einfach nicht, was er machen soll. Die will, aber die traut sich nicht. Und jetzt läuft sie beschämt weg. Einfach, einfach schließen. Wie ist der jetzt schießt, wenn ich auf mich bin? Und ich bin zu dumm zum Treffen. Unglaublich. Aus nächster Nähe. Und ich treffe mich mit der Schrotflinte. Du rittst mir auch die ganze Zeit hinterher. Oh. Oh, Mann, 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 Mann. Was liefst du denn da? Oh. Hey, ich habe Andi noch nicht fertig abgeknallt. Und der mich nicht. Was war das? Erstmal nur ein Sterne Bewertung auf Amazon geben. Ein Sterne Bewertung auf Amazon. Und wir haben gewittert. Echt? Ich warte hier die ganze Zeit drauf. Ich muss auf jeden Fall eine Beschwerde stellen. Warum? Der Kevin braucht denselben Twitter-Shop wie der Zimmer. Weil das ist blöd, wenn du irgendwas suchen musst und es dir einfach eingeben kannst. Ja, da müsste dann jemand sagen, wie ich das umstellen kann. Moment. Ja, müsstest du dir runterladen. Hallo? 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 Ich höre nichts. Ja, hi. Achso, du rufst die an. Die telefonieren. Hallo, Saru. Ich habe mal eine Frage. Hier sind keine Waffe. Wenn ich in so einem blöden Mast ganz vorne am Schiff spawne, wie komme ich hier weg? Da kannst du doch runter. Der Wasser ist? Ja, der Wasser ist. Da müsstest du irgendwo wieder hochklettern können. Ey, ich bin ja oben. Ich komme nicht runter und das Wasser. Ja, und dann schwimmst du zurück. Ich bin schon schaden und Peter tot. Ja, dann kriegst du Schaden, aber bist halt weg. Wenn es dir wichtig ist, dann musst du abhängen. Ich habe keine Fragen, man stirbt. Das stirbt ja nicht. Ich bin ja auch ein Nadeln, Peter. Wenn wir es weiter gewesen, wäre schon gesagt, dass du das musst. Ja, ich bin schon wieder ohne zu dich tönen. Wir reden da eigentlich alles klar. Titten-Tanik, Titten-Tanik, lalala. Da war eine... Wie heißt das? Discom-Mobulator. Titten-Tanik? Titten-Tanik. Was denn? Das ist ein altes Werke. Ja, ach, was denn? Titten-Tanik? Das wird man ja wohl noch sagen dürfen in diesem Land. Das ist doch Meinungsfreiheit. Nee. Nee. Das gibt es nicht mehr. Wir leben in einer diktatorischen Diktatur. Danke, Merkel. Was? In einer Diktaktur? Ja, in einer Diktaktur. Tiktaktur meinst du wahrscheinlich. Weil Aluhüte das so aussprechen. Du meinst Tiktaktur. Eine Trick-Traktur. Tick, Trigg und Trak. Nein, eine Trick-Traktur. Tick, Trigg und Trak-Tur. Eine dicke Tackertur. Genau. Tiki-Tacker-See. Wenn du dir auf einer Türen den Diktakt hast. Das ist der Diktaktur. Das sieht es aus. Diktaktur. Das tut mir hier wahrscheinlich. Also ist halt... Da kann ich das verstehen. Kann ich das verstehen. Nein. Das tut nicht weh. Das tut nicht weh. Ja. Das tut nicht weh. Also... Ich habe nur eine Pistole. Und finde... Lalalalalala. Irgendwer ist da irgendwo runtergeklappt. Wieso hat Peter schon wieder eine Pistole in der Hand? Och. Okay. Weil ich keine Waffe finde. Du bist immer Traitor. Ich... Ich von hier vorne nach hier und habe 40 Schaden. Kriegt bedingt einen Sprung. Peter, du bist immer Traitor. Er ist doch einfach gerade ein Sandwich. Das kann ich. Nein. Machst du mal die Tür auf? Ja. Ich bin dann durch. Danke. Bitte schön. Bitte schön. Hier runter. Danke. Hallo. Hallo. Ich bin sehr freundlich von dir. Hallo. Hallo. Ich bin schnell. Ich bin schnell. Ich bin so schnell. Ich bin so schnell. Wenn man super schnell ist, kommt man die Leiter nicht hoch. Wir hatten da verkackt und wollte eigentlich was anderes machen. Der dann voll fies, der gerade auf einer Leiter bist. Der wollte uns eigentlich jemanden brauchen. Ja, also Nadine war es nicht. Und Pascal ist plötzlich da. Ich weiß es nicht. Nadine steht jetzt da auf. Da wollte ich jemanden porten und der ist plötzlich da. Aber wer war vorher da? Wer war vorher da? War hier jemand? Andi gefunden. Ah. Ich habe Andi gefunden. Und wie ist das denn passiert? No. Warte, warte. Wer ist irgendwo runtergefallen? Ich habe da nicht verstanden. Seew AS-Stattung. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Kommt ihr an? Und dann noch nicht. Nö, nö, nö. Nö, nö. Nö, nö, nö vom Schiff. Vom Schiff. Silber willst du. Silber willst du ein paar schöne Dotes sprechen? Warte, jetzt komm, die heißen. dieses kevin doch weil sonst hatte die marina ich hab nix gemacht geil pascal yeah high five deine mutter ist passiert warum sind willst du das ding es war noch klar wenn die beiden anfangen auf dich zu schießen dass die sich gegenseitig ausschließen eigentlich auch noch auf pascal geschossen aber ich habe nicht getroffen ich dachte ich kann nämlich beide holen wenn nur stefan da gewesen ich habe ganz schnell ich habe ganz schnell geguckt wer von euch so eine pistole der hand hatte und war nur der kevin ja wie macht das noch mal musste erst mal reagieren weil ich hatte ja die leiche von anrufen da ja der hüpfte rum der roma kann das ist ja jetzt mit mittel antwort habe ich das ist ja das seilbruch geklettert aber im stehen und dass das so eigenartig auch das ergibt sinn alles ergibt sinn stefan kämpft da oben ich klemmen ich habe jetzt auch auf dem anderen schornstein nehmen an ich weiß wie sie darunter geht glaube ich nicht schade 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 mach das noch ein paar mal bist du hallo ich dachte wird das die super grau wir haben wir doch nicht mehr ich habe dich nicht gar und ich habe geschubst du arschloch wir haben wir nicht mehr aber wir haben doch jetzt kämpfen spielstand wir haben keine ne die ist nicht mehr da und bumerang ist nicht da und super crow ist nicht da verdächtigerweise lieblingswaffen hier mal ist da los meine lieblingswaffe sabrinas lieblingswaffe da kann man erklären ich habe nie was anderes eingestellt aber generell zeigt das spiel voll viele fehlermeldung die freundlich waren ja fehlermeldung 3 ich glaube nicht also das sagte peter wird er immer auf dem hochhaus oder so ja aber ich bin wirklich aus dem hochhaus ja mal nach rechts und mal nach links alles klar da bis zur nächsten folge ja das sind ja mal die anderen da ja sagen vielleicht ja ja und aber das